Kannst du schonmal nicht sterben. Hat auch seine Vorteile. So, dann sind wir wieder da, wo wir waren. Hallo? Ja. Kommt nix raus. Bei jön. Oh oh! Wegen der großen Gesundheit, Rubin-Ring. Upsi! Eiler! Woher bin ich denn? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ah, ich hab's. Uhhh... Huuu! Holzen, ey. Wenn es so weitergeht, hab ich bis ich da bin schon keine mehr. Bergmüll. Okay, ich muss hier mal ganz kurz... Komm, fall um! Fall um! Huuu! Holzen, Zwergmüll! Okay... Hauu! Bending! Äh, da bist du! Billenstein! Kommt nix raus! Dachte, hier braucht man einen Hebel oder so? Oh oh! Ey, wo kommst denn du denn? Hauu! 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 So, kaputt, kaputt! Weck Silber! Kannst du den Ball denn? Entschuldigung. Hauu! Easy! Gold verziert hat wem er Walten? Ring der überragenden Beschwörung! Oh, bin ich bald da, ja? So, Magiker, Stärke... Chausseurei... Bergmüll! Easy! Bergmüll! Glaub hier gibt's sonst nix? Hm... Guten Morgen, Kelly! Na, alles fit bei dir? Wir speichern... Wir speichern... Große Höhle von Inkreddingspumps! Jo, so weit! Na, das ist doch die Hauptsache! Dann kochen! Äh, dann... Machen wir hier mal einen neuen Save! Länger gedauert als gedacht! Was hast du denn gemacht? Mercer ist hier gewesen! Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät! Diese Banditen da hinten! So haben Brynjolf und ich sie gefunden! Mercers Werk! Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät ist! Okay, let's go! Wir sollten vorsichtig vorgehen! Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte! Ah, hast du dich doch für die Reispfanne entschieden! Mit Suswide! Ich würde eher sterben, als Mercer die Edelsteine zu überlassen! Hab erst mittendrin gesehen, dass der Schweinebauch vier Stunden garen muss, okay! Na, servus! 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 13, 14. come on stärke heilung silberbaren amethyst das ist ja echt und ich habe lydia nicht dabei schutzkreis diamant halskette halskette abnehmbaren feuers ist das eigentlich nicht okay von der helligkeit was denn wo bist denn du ich kümmere mich darum mädchen ich sehe den verdammt wir kommen nicht durch ja nur er spielt mit uns er will dass wir ihm folgen ja mädchen und wir sind bereit für ihn gehen wir weiter ja Nein, doch ein Blick, bitte. Wie groß das ist? Habt ihr so etwas schon mal gesehen, Mädchen? Eigentlich nicht. Stellt euch nur die verborgenen Reichtümer in diesen Mauern vor. Irgendwo hier rüben, ok. Noch weiter rechts. Ich will die denn! Hallo? Verdammt! Gerade als ich mich aufgewärmt hatte. Ja sicher dann. Falmer Schild? Ach das sind die Falmer! Vulkanglaspfeil. Gold, schwaches Gift. Ich dachte das ist ein Aufzug, da geht es wohl nicht. Ok, hier gehts runter. Stiegerle, Batzlufma. Holzen, Zahnrad, Seelenstein. Ohr, Gold, Kieferschwanz, Schwertgesachse kannst du falten. Ich bin aufgewöhn. 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 Ja. Hier. Alter, erschrick mich halt, Mädel! Das war aber gerne das. Alter! Oh, come on! Wie recht krise dich. Was meinst du mit kriselig? Wartet, ich höre etwas. Endlich, bringen wir es hinter uns. Sag einmal, wo ist denn die? Ja! Sie haben die Botschaft verstanden. Kompressionsartefakte? Das sollte aber nicht sein. Balmerbogen, der hat aber echt... Okay, der hat gut Rumms. 15 Kilo. Und... Oh, Alter! Ja! Was kann man denn da nicht so? 27 habe ich. Und bei mir ist das ganz normal. Alter, ich habe die Knachendrochen... Drachenknochen. Die sind halt mal richtig Sacke schwer. Die hätte ich vorher Lydia geben sollen. Oh, Fuyu! Hier habe ich nicht mehr gedacht. Mein Küche, alles klar. So, was haben wir denn da? So, was haben wir denn da? Pizzake. Holzfällerball. So, muss ich mal googeln. So, wo haben wir hier... Wo ist der Schalter hier? Warum ist denn das Bild gerade so unscharf? Warum ist denn das Bild gerade so unscharf? Wie ist das... Qu tugbar... Okay... Wo haben wir den hier... Anzug. Alter, das kieselt ja gerade richtig. Gold, starkes Gift des langen Leidens. Bei mir geht alles raus. Bei mir ist das Trima dann stehen bleiben. Hat da sonst noch jemand? Nicht unsichtbar. Hier geht es wieder. So, wie kriege ich das Stadtding hier auf? Holzen, Seelenstein. Alter, war doch Rubin drin. Ah, da kommt doch gleich was raus hier, oder? Jetzt geht es wieder. Hat der Twitch-Grad-Probleme? Fehlt dem Fallmehran auch der Geruchssinn? Hier stinkt es. Ahm, so. Oh, die Katze trinkt voll am Rad, ey. Den haben wir schon. Das ist doch irgendwo ein Schalter geben, sag mal. Die war mal gerade. Leute, mal ein bisschen Hilfe von euch, wer mal da ist. Dieser Ort ist wie ein Irrgarten. Wir haben sich die Zwerge hier nur zurechtfinden können. Meint ihr, Mercer weiß, dass wir hier sind? Bislang ist Mercer immer vorsichtig gewesen. Diese Pläne hätte er bestimmt nicht zurückgelassen, wenn dahinter nicht eine Absicht stecken würde. Für jemanden, der den Skelettschlüssel besitzt, wäre der Diebstahl der Augen der Fallmehr ein Kinderspiel. Nein, er will uns hier einen Hinterhalt legen. Da bin ich fast sicher. Wir beide warten hier einen Moment. Ah, okay, die kann ich auch. Ja, nur bin ich gerade zu blöd. Hinterblöde, irgendwie muss das Ding hier doch aufgehen. Draufhauen. Ja. Ach, da ist ein Hund drin. Oder irgendwas. Hier ist ein Tor. So, Skiver. Schwänzle. Alter, bin ich so blind, oder was? Das scheint es jetzt wieder zu gehen. Also was da gerade gekriselt hat oder so, ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier jetzt wieder? Hat es jemals schon wieder ein Update? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding hier aufkriege. Ich sage mal lieber, wo ich den Schalter hier finde. Ich sage mal lieber, wo ich den Schalter hier finde. Also das gibt es doch nicht. Da kann ich hier noch so viele von denen abbeernten. Komm her. Irgendwo dabei da hinten ein Mechanismus oder so. Oh, hier jetzt really? Oh, hier jetzt really? Hallo. Old, Rolle des Feuersturms. Zaubertrank der Heilung. Ich sehe nicht, dass sich hier irgendwas bewegt. Wir müssen uns den Schlüssel zurückholen. Nervt mich nicht. Ihr könntet auch mal einen Tipp geben, ihr blöden Idioten. Alter, sowas habe ich ja ohne Witz gefressen wie Sanwie. Einfach nur drum und hier friss und mach und kein Hinweis, kein gar nichts. Ich sehe überhaupt nicht, dass sich hier irgendwas tut. Hm. Irgendwas tut sich hier, aber ich sehe nicht was. Nein, der war es nicht. Ich habe keine Ahnung. So, wehe, das schmeckt jetzt nicht. Ist das Bild jetzt wieder besser? Oh, ich habe hier keine Ahnung. Oh, Alter. Ah, nicht immer den da. Ja, so wie normal halt. Für mich ist es gerade besser. Was war das? Alter! Da seid ihr ja. Euer Schicksal ist besiegelt. Noch. Führt meine Hand. Ich sehe einen weiteren Tag. Gut, das ist aber normal bei 4.500. Du bist auf Source? Das glaube ich nicht. Also sieht das bei mir nicht aus. Es sei denn natürlich, du bist auf 4K unterwegs mit dem Monitor. Boah, wo kam der denn jetzt her? Hier kam ich aber, ne? Bei mir sieht das so nicht aus. Ja, aber wenn der Monitor auf 8K ist, dann ist das halt natürlich schon. Wenn der nicht ordentlich runter skaliert, dann ist das schon. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ohne Witz, ich reiß nicht. Ich bin zu blöd für. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, weil ich bin jetzt mit meiner Latein am Ende. Ein Vollbild ist für mich auch so ein bisschen, aber ja gut, geht halt nicht anders, ne? Guckst du in Vollbild, oder? Es geht nicht um groß, ich klicke das Ding da vorne nicht auf, ich habe keine Ahnung. Also in groß, in Vollbild sieht es bei mir auf 1080 in etwa so aus. Aber nicht im normalen Fenster. Ja, ich habe keine Ahnung, es ist hier nichts, es ist kein Tipp, kein gar nichts. Das ist halt einfach Bullshit sowas. Das sind so Sachen ohne Witz, die regen mich ohne Ende auf. So, hey, da ist ein Schalter, da ist ein Schalter, da ist ein Schalter. Fünf versteckte Schalter, mach mal. Ja, das ist einfach, ne. Also ohne irgendeine Erklärung, das ist einfach nur mega Bullshit. Oh, da kommen die Dinger gleich wieder. Ich muss wohl da rein. Vor allem, ich habe halt zwei Schalter da und es ist halt, man merkt halt nichts. Dass nicht irgendwas tut. Bei dem tut sich wohl gar nichts mehr. Ich hätte immer das Gefühl habe, dass das runter geht. Jetzt geht da ein Licht an. Jetzt bewegt sich das Zahnrad, okay. Alter, habe ich sowas gefressen, ohne Witz. Gibt ja Leute, die mögen sowas, die sind voll geil auf Rätsel. Ich nicht. Okay, jetzt geht das auch an. Oh. Hallo, geh da drüber. Eigentlich wollte ich die Gäste noch fertig machen. Weil es geht ja ein Diebesgilde. Ich glaub, danach sind wir fertig. Ist das das rechte Licht wieder aus, oder was? Hä? Da fehlt doch sicher ein Bolzen oder so wie ein Bolzen. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Schalter. Hier ist nichts. Ich habe den da drüben und ich habe den da oben. Bei dem in der Mitte tut sich gar nichts. Da kommen die bösen Teile raus. Und da waren Teile drin, die habe ich hier abgeschossen. Tut sich da vorne gar nichts. Hm. Ja, das habe ich ganz am Anfang gemacht da oben. Dann erstmal den wieder minimieren und Lena. Ich habe gerade keine Ahnung. Wenn Chat Ahnung hat, darf er jetzt sagen. Wenn Chat Ahnung hat, darf er jetzt sagen. Das ist die äh... Guck mal, danke schön. Ich habe keine Ahnung hier. Entweder bin ich gerade so mega blind. Das ist eine Truhe. Hebel, Gold, Zaubertrank, Smaragdalskette. Ich habe noch ein Kilo. Jetzt bin ich überladen. Was? Schau dir jetzt da rein. Echt jetzt? Was war das denn gerade? Bei meinen habe ich die schon mal geerntet. Na, nicht alle. So, hier haben wir noch welche. Deine sind echt böse. So, dann. Ah, come on! Sobald ihr alle gegnern läuft, ihr über die Treppe zurück nach oben. Geht rechts herum bis zur Sackgasse und lokalisiert einen Hebel. Nun müsst ihr euch beeilen. Dreht euch um, steigt wieder die Treppe zu eurer Linken hinab. Genau. Was? Ja, sollte die Stelle sein. Moment. Moment. So, ich muss jetzt hier mal... Ich muss die hier reinhauen, die sind einfach zu schwer. Hier. Ihr geht dahinter die Treppe wieder hoch. Moment. Treppe zurück nach oben. Geht rechts herum bis zur Sackgasse und lokalisiert einen Hebel. Das wäre der da, ne? Alter. Nun müsst ihr euch beeilen. Dreht euch um, steigt wieder die Treppe zu eurer Linken hinab und marschiert gleich die nächste direkt gegenüber hinauf. Haltet euch links und rennt zu einem zweiten Hebel, den ihr ebenfalls zieht. Schaut nach unten auf den Boden. Alter, das ist doch... So, komm, 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 komm. Alter, wow. Oh, voilà. Also, bei mir wäre das der Zeitpunkt gewesen, das Game abzubrechen. Privat. Sag ich ganz ehrlich. Ich hätte nicht gegoogelt. Ich hätte aufgehört. Nie wieder... Eieiei. Und das nie wieder weiter gespielt. Au. Oh. Du bist du bist. Du bist du bist. Du bist.